Da bin ich wieder. Na, sind Sie öfter hier? Oh, Alter! Ich guck nicht zurück. Ich will doch wieder zurück. Okay, okay, alles ist gut. Ich hab auch Verfolgungswahl, okay? Nee. Ach, ich brech ins Essen, ey. Huch? Okay. Huh? Äh, hallo? Wir werden hier sofort ins Spiel geworfen? Ähm, okay, dann, äh, äh, hallo, äh, YouTube. Willkommen zu dem Nachfolger von Exit 8. Oh, ist das laut? Äh, kann ich hier irgendwas? Ah, okay. Uh, okay. Haben wir... Nee, das kann ich leider nicht. Kamera normal. Das war, glaub ich, ein Ticken. Hallo? So ein Ticken-Tacken. Äh, achso. Äh. Ich hab keine Ahnung. Kamera shake? Nee, das kann ein bisschen weniger sein, gerne. Dot in center of the screen. Ja. Video. Ja. Epeck. Ja, probieren das mal. Ich hab mein PC immer noch nicht ausgesaugt. Und wieder zugemacht. Der ist immer noch offen. Weg. War das jetzt gespeichert so? Ja, okay. Ja. Ah, eine Sekunde, einmal noch. Also, wie gesagt, das ist der Nachfolger von Exit 8. Und wir müssen auch hier wieder Anomalien finden. Ich weiß nur nicht, wie ich das finde und was ich dann machen muss. Aber wir gucken mal. Was ist das? Oh Gott, ich hoffe, ich muss mir nicht diese klitzekleinen Sachen merken. Dich kennen wir doch, oder? Er ist doch der, der bei Exit 8 immer mit seinem Aktenkoffer und seinem Handy, der hängt dauert am Handy. Und der hat keine Socken an, oder? Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das muss ich mir alles merken. Eins, zwei, drei, plus. Ja, ich finde die Grafik nicht so gut, muss ich sagen. Dino-Man. Das sieht aus wie eine Listerine-Flasche. So ein bisschen unförmige Listerine-Flasche. Welcome, Open Campus. Zone Energy, okay. Das war jetzt die Maus, okay. Ich mache schon mal eine Voraussicht. Mein Jäckchen auf und aus. Weil beim ersten Schreck wird man wahrscheinlich wieder sehr warm. Next. Oh, ich habe vorhin nur die Zeichen gesehen. 13. Hätte ich hier auch rausgucken müssen. Meine Fußtipsel sind irgendwie komisch. Ist hier alles in Ordnung? Ich vermute jetzt einfach mal, dass wenn alles in Ordnung ist, dass es dann einfach hier weitergeht. Und wenn es nicht in Ordnung ist, dass ich dann zurückgehen muss. Aber eigentlich steht es bestimmt irgendwo und ich habe es einfach nur nicht gelesen. ob das die Angabe ist, ob ich es richtig gemacht habe oder nicht. Und ist er da auch ein Hatschi? Ist das immer gleich? Achso. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Okay. Okay. Es fängt an. Der Mann ist weg, aber... Oh, Alter. Hi. Was hätte ich denn... Dann hätte ich hier... Du. Ein Penner hier. Ah, bin... Hä? Das ist ja komisch. Wenn ich die Maus gedrückt halte, dann renne ich auf einmal... Die rechte Maus auch. Die Shifters auch, okay. Hallo? Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die Türen klemmen oder nicht. Waren hier vor auch schon so gelbe Streifen? Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Weiß nicht, ich trau der Sache nicht. Oh no. Die klemmt? Okay, das heißt, ich muss weitergehen. Äh, okay. Nee, ich möchte... Ich möchte bitte wieder... Oh. Oh, mach die Tür auf. Was muss ich denn tun? Na? Na? Okay. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Äh, das ist ja auch nicht richtig hier. Äh, okay, kann ich überhaupt zurück? Hä? Haben sie da... Jetzt bin ich irritiert. Hier waren doch vorher keine Dinger zum Festhalten. Da muss ich immer erst einmal bis hinten. Ich finde das nochmal raus. Okay, es ist zu. Hm. Okay. Ich gehe einfach... Das hier kommt mir nicht bekannt. Irgendwo steht doch bestimmt eine Erklärung. Oh, ich kann mich auch hinsetzen. Hallo. Na, sind Sie öfter hier? Ich habe Sie schon mal gesehen. Drei. Okay, ich kann nicht zurück. Also, ja, dann go for it. Das heißt, ich muss irgendwie den Anomalien entweichen. In Green, da kriegt was. Do not proceed to the next car until the anomaly in this car has disappeared. Ah, okay. Geh nicht in den nächsten Wagen, solange nicht bis die Anomalie in diesem Wagen verschwunden ist. Okay, war das jetzt einfach nur eine Einführung bisher? Jetzt wackeln diese Dinger nicht. Ich bin, ich bin wirklich irritiert. Hier ist nichts passiert, ne? Wo sitzt er? Beim zweiten Dings... beim ersten Platz, rechts. Okay. Das heißt, ich muss die Anomalie finden und dann muss sie verschwinden. Hallo. Da habe ich eigentlich kein Spiegelbild. Ja, das habe ich gemacht, ne? Sie ist ja... Oh, hallo. Okay. Habe ich jetzt gemacht. Ach, der Zettel ist weg. Okay. Okay, okay, okay. Habe ich zurück, nein? Da. Jetzt steht da eins. Okay. Nach zehn Minuten hat es der Hase dann auch kapiert. Hi. Irgendwann machst du was, ne? Also du hast ja schon was gemacht, aber du kannst bestimmt noch mehr. Mir gefällt diese Grafik nicht, ne? Oh, war mal wieder Stille. Kann ich hier irgendetwas ändern? Tö, 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 tö. Was ist grün? Ich muss jetzt nicht das machen. Motion Blur, nein. Grafik, Audio, Key. Ist es jetzt besser? Ich sehe es auch an ihm. Der hat so einfach immer so ein lichtes Haar. Ich sehe es auch an ihm. Also, ich sehe nichts. Also, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. immer noch eins gut, zumindest eins und nicht null ich erwarte eigentlich irgendwo was hier in der Stimmung waren hier vor Fenster? die waren doch waren hier Fenster? bis die Anomalie verschwunden ist ich sehe keine Anomalie hallo na Gott, wenn er sich jetzt rumdrehen würde das wäre echt gruselig ja anscheinend waren die Fenster könnte sein ah, lecker ist oh Gott, da oben hab ich ja gar nicht geguckt okay okay, okay, okay dann ich glaub da ist ne Anomalie oh kannst du bitte weggehen? ich würd gern ich würd gern gut, hoffentlich kommt der nicht auch hier raus bist du fertig? geht das jetzt immer so weiter? da kann ich jetzt einfach gehen oh ne, der ist jetzt von der anderen Seite wir warten mal kurz ich trinke mal einen Schluck von meinem Smoothie da vorhin nämlich lecker besuchtes Frühstück Banane und Himbeersmoothie okay, da warst du aber schon mit Müsli und Quark nochmal ne Banane ich geh jetzt zwei was ist das? ist das normal? ich bin mir noch unsicher, ob es wirklich nur so offensichtliche Dinger gibt ne, nur sogar oder ob es halt auch so kleine Pupsdinger gibt steht ich geh'n überall Zahlen, ob das irgendwas zu bedeuten hat vielleicht gibt's ja auch welche, die irgendwie oben an dem Plakat Diese kleineren, die dann weggehen, wenn man hinguckt und dann geht man weiter. Why don't you make your own original stuff anymore? Oh ja, ich möchte auch so ein Ding machen. Und dann gibt es die großen, wo man einfach weitergehen kann. Er sitzt auch richtig. Okay. Ich möchte wieder raus. Nee, nee, nee. Lass mich raus. Ich möchte das nicht. Ich will das nicht. Ich... Jetzt bin ich... Ich verstehe das nicht. Jetzt bin ich wieder bei Null. Du Arschkerl. Ich sehe keine Anomalie. Nee, ich wollte mich nicht hinsetzen. Oder ob ich das vielleicht auch mal machen muss. Ich sehe keine Anomalie. Das ist immer noch Müll. Aber ich konnte doch nicht zurück. Ich gucke nicht zurück. Do not look back. Okay, meine ich. Ich kann nicht rennen. Ich guck nicht zurück. Nee, ist okay. Ich will doch wieder zurück. Kann ich bitte... Ich möchte wieder zurück. Tschö. Was denn? Find me? Ja, wo bist du denn? Ist das denn irgendein Bild? Bist du draußen? Oh. Hi. Hab dich gewonnen. Jetzt sitzt er hier rum. Ich zieh mal wieder auf, bitte. Okay. Sie ist weg. Okay. Ich bin wieder bei L2. Okay. Da ist nix. Da ist nix. Mach ich Speedrun. Also ich gucke beim schnell zur Seite laufen durch die Fenster. So, also ich denke hier ist nix. Geh mal weiter. Oh oh. Oh oh oh. Hey. Okay, das sind beide Fußschritte. Kann ich mich trotzdem zu ihnen setzen? Würde mich gerne in die Scherben setzen. Ja. Hey, na? Oh. Sie haben ja gar nichts abgekriegt. Glück gehabt. Tja. Knirsch, knirsch. Bei, was steht denn das jetzt eigentlich immer noch als Zweier? Jetzt L3. Okay. Ich denke, damit habe ich zumindest recht, dass das daran zu erkennen ist, dass es weitergeht. Ich finde, das sieht aus, als wäre der Blut, aber gut. Sanzer. Hier oben ist nix. Komisch. Oh. Wer weiß, irgendwann ist in einem dieser Plakate irgendwas. Ich weiß noch nicht, wie offensichtlich das ist. Das ist auch interessant, dass sie hier vor der Tür ein Stück höher hängen. Okay. Hb. 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 Hm. Passiert doch wieder irgendwas. Oder? Hb. Und immer noch L3. Ich glaube, es geht nur weiter, wenn eine Anomalie kommt, die ich dann auch überlebe. Aber dich hier überlebe ich nie. Hier ist doch nichts. Was? Do not open. Okay, meine ich. Meine ich. Wenn man da hinten lasst, ne? Nein. Dann muss man warten, bis fertig ist, oder? Nein. Nein. Na ja, geh mal weg. Okay. Nee. Nee. Ich bleib hier. Hab ich dir schon mal erzählt, von diesem Stück hatte ich am meisten Panik im Zügen. Tschüss. Oh nein, ich hätte da nicht durchrennen dürfen. Oh, es soll zu heiß rennen. Ah, wieder mal Null. Ah, ne? Er ist noch nicht vorbei. Ha! Oh, ah, ich... Ähm. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Hm, äh, äh, äh. Ähm. Ist da gerade die Tür aufgegangen? Ich möchte da nicht... Muss ich? Oh, guck mal, vieler. Uh. Okay. Okay. Ja, mach ich doch, oder hast du damit gemeint, dass jetzt hier eins ist? Guck mir einfach anders einmal an. See, Nix. Ja, dann. Do not move when it is bright. Ach so, wenn es hell ist, nicht laufen, okay. Oh Gott. Okay. Hey, Lines. Wie viele Dinger gibt es denn? Gut, ich gehe. Ich gehe einfach ab und durch. Ich gehe einfach ab und durch. Okay. Hier setze ich mal hin. Oh Gott, dasselbe. Ich will da noch nicht reingehen. Ich bin mir nicht sicher. Da jetzt. Oh Gott, oh Gott, da wird an mir schlecht. Okay, also drauf zu rennen ist jetzt nicht immer so die beste Idee. Also über diesen weißen Vieh, glaube ich, hätte ich nicht rennen dürfen. Und bei ihm weiß ich halt auch nicht, wenn die kommen, weiß ich nicht, ob sich das so wiederholt. Ich denke mir auch so wie bei dem ersten Dingel hier oben, dass es so etwas Kleines auch noch gibt hier drinnen. Ich halte das Telefon immer noch in seiner linken Hand. Oh nein, ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Ich bin bei L2. Ich setze mich jetzt auf deinen Platz. So. Ich setze davon. Oh, du hast keinen Kopf. Du hast keinen Kopf. Muss ich hier einen Kopf suchen? Hallo. Hallo. Höre. Okay, okay, alles ist gut. Du, ich hasse dich. Jetzt noch einmal und gucke links, rechts, oben, unten. L3. Da wäre schon. Und ich habe auch Verfolgungswahl, okay. So langsamer sicher ist der Smoothie durch. Ich weiß noch nicht, also eine halbe Stunde wäre jetzt, wäre eine Folge voll. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir da so ein bisschen besser durchkommen. Das sieht komisch aus, oder? Nö. Äh. Äh. War das jetzt verkehrt? Ach, ich brech ins Essen, ey. Woher soll ich das denn bitte wissen? Und jetzt... Tän. Mensch. So. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Wenn ich jetzt hier nichts offensichtliches sehe. Oh, nein. Acht mal, äh, acht. Neun, vier. Was hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, ich hab mir gedacht. 9. 9. 4. Ah. So, hi. So, sie auch hier. Do not look, stand da, ne? Was steht da? Do not look away. Do not look away, okay. Okay, 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 wir sind ja lernfähig. Do not look away. So, bis hier hinten. Guck ich nicht weg. Huh. Oh. Okay. 1, 2, erst nichts. Ich werde ein bisschen ungeduldig. Kant? Nein? Haben wir noch ein bisschen Frischluft? Naja, kann man ja mal durchlüften, ne? Warten, bis das weg ist. Na, geht nicht weg. Geh mal. Scheiße, ich hätte weitergehen sollen, ne? Oh, hab ich das heiße. Und null, da waren wir ja noch gar nicht außer Junior. Ja, warte, bis da eine andere Malie verschwunden ist. Ja, welche nehmen wir denn? Hier ist keine, oder? Ist hier eine? Das klingt ein bisschen anders als sonst. Egal, ich gehe weiter, ich bin eh über null. Bei Hälso sehen wir wenigstens mal verschiedene Anomalien. Hier ist nix. Was muss ich tun? Nichts. Ich habe hier keinen freien Sitzplatz mehr. Entschuldigung, Entschuldigung. Könnte ich, muss einer, ich bin eine alte Frau, ich habe Hüftschaden und so. Nein, kann ja für mich aufstehen. Gut, dann gehe ich im nächsten Land gucken. Oder auch nicht. Entschuldigung, könnte vielleicht einer hier aufstehen. Entschuldigung, vielleicht da, wo er sonst immer sitzt. Ah, hier ist ein Fragplatz, ich setze mich hier hin. Danke, danke, danke. Oh, oh, was ist? Hallo. Hallo, ich... Mit diesem freien Platz hier. So ist besser. Entschuldigung, ich habe bei Ihnen auf dem Schoß gesessen. Ich habe das nicht gemerkt. Ich habe das manchmal so, also ich habe wenig Gefühl so in meinen Arschbacken. Und da passiert das schon mal, dass ich nicht merke, wenn ich mich irgendwo drauf setze. Okay, da ist er in der Spiegelung. Muss ich mich doch auf seinen Platz setzen? Nein, doch. Entschuldigung, es ist schon wieder passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gleich machen muss. Oh, okay. Danke. Wo sind wir denn hier? L1? Ja, hier war ich schon mal. Ist schön hier. Ich suche mal noch den besten Sitzplatz. Was muss ich tun? L1, ja, sag mir, was ich machen muss. Nix. Wir fahren hier gerade durchs Rotlichtviertel. Oh Gott, das sind meine Augen, wenn man da nicht drauf vorbereitet. Ist er jetzt einfach nur rot? Na? Wie geht's denn so? Ich bin nochmal wieder weg. Oh Gott, meine Augen. Um Gottes willen. L2? L2. Warte, bis die Anomalie weg ist. Warum hängt jetzt auf einmal hier wieder ein Zirrl? Habe ich das etwa nicht ordnungsgemäß erfüllt? Warte, bis die Anomalie weg ist. Äh, entschuldigen, keine Fotos, bitte. Keine Fotos, bitte. L0, ich habe schon wieder verkackt. Entschuldigen, keine Fotos, habe ich gesagt. Was soll denn das? Das war okay, ja? Okay, während er dann noch dran war mit Fotos machen, bin ich gegangen. Das geht. L1. Ah, jetzt steht das hier schon wieder. Geh nicht weiter, bis die Anomalie im Wagen weg ist. Aber welche Anomalie denn? Hier ist doch keine Anomalie. Ich muss dringend Pipi. Hier ist doch nichts. Hier ist doch nichts. Schon wieder 0. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Die Tür ist offen. Das finde ich nicht gut. Ja. So, ich versuche es jetzt noch einmal. Wenn ich glaube, dann muss ich das nochmal probieren. Oder vielleicht mit der Peri probieren, weil die ist einfach viel besser am solchen Spielen. Das ist natürlich. 1-0. Vielleicht soll ich hier einfach nicht rennen. Jetzt nichts. Ja, hier werde ich jetzt nochmal rennen, aber im letzten Mal bin ich abgesoffen. Okay, das war in Ordnung. Vielleicht werden hier Sachen ja auch größer, wie bei dem, wie, was war das nochmal? Ne, das war in dem Hospital. Aber bei Exit 8 war es auch so, dass die, diese Zettel hier mit der Zeit, äh, die Plakate einmal größer waren. Dann wähle ich es mir jetzt auch nur ein. Natürlich sein. Aber, dann müsste ich erwarten, bis der Kram vorbei ist, L1. Habe ich irgendwie, wie das Spiel heißt? Plattform, ey. Upsi. Oh, oh. Ähm. Nein, da ist er schon wieder. Nee. Nee, 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 nee. Boah. Und, äh, ich denke, dass es da auch 8 Dinger gibt, aber so wie es aussieht und ich das ja nicht kapiere, könnte es halt hier auch 8 geben. Und, äh, jetzt will die Anomalie weg ist. Die Anomalie, die ich nicht finde. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Jetzt ist alles gut, ne? Oh, nein, was Neues und ich weiß nicht, was man da machen muss. Ja, hallo, 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 hallo. Ich berühre euch einfach mal nicht. Ist aber laut hier drinnen. Können wir sich ein bisschen leiser unterhalten, bitte? Wäre das möglich? Okay, ich gehe mal, ne? War das in Ordnung? L4a. Oder ist es gar so, dass es, dass hier eine kleine Anomalie drinnen ist, wenn hier so ein schöner Zettel hängt? Und wenn nicht, dann darf ich da durch. Und ansonsten will hier halt ein großes Anomalien-Ding. Hattet ihr vorher auch schon Zeichen da dran? Ich gehe jetzt weiter, ja? Wenn ich nicht recht habe, dann bin ich gleich immer noch L4a. Nein, ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Was steht da? Do not look, glaube ich, steht da. Bin mir nicht sicher. Steht da? Do not look, okay. Ich gucke nicht. Ich gucke nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Bin ich gleich am Ende? Ja. Hallo. 11.5. Haha. Haa. Wieso ist die Tür auf? Oh nein. Nein. Das war es schon wieder. Okay. Okay. Einmal. Einmal mit meiner Theorie. Keine große Anomalie. Keine große Anomalie. Kein Zettel. Weiter. Keine große Anomalie. Kein Zettel. Weiter. 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 Alter. Darf ich weiter? Kein Zettel. Kein Zettel. Nichts dramatisches. Weiter. L1. Nichts großes. Tür geht auf. Weiter. Hier. Ich glaube, wir fahren irgendwo ganz komisch lang. Hier war ich noch nicht. Ist er das? Ist das seine Textur? Kann ich mir eigentlich hocken? Nee. Ich kann mich mit Steuerung hinsetzen. Hi. Hi. Das könnte seine Nase sein. Es ist egal, ob ich Maus klicke, Steuerung. Ich glaube, E geht auch bestimmt. Nee, E geht nicht. Aber okay. Ja, ich habe dich jetzt gesehen. Ich gehe ja trotzdem mal weiter. L2. So. Hier ist nix. Hier ist nix. Da ist gerade die Tür auch zugegangen. Hier ist er noch mal ganz kurz. Da ist er noch mal ganz kurz. Darf ich? Okay. L3. Hier ist nix größeres. Nein. Gut. Und immer noch L3. Jetzt muss da aber mal wieder bei irgendwas kommen hier. L3. L3. Hier muss jetzt irgendwas sein. Okay. Wir suchen. Okay. Wir suchen. Ich gucke einfach alles eine Zeit lang an. Vielleicht ist da irgendwo eine Anomalie drin. Und die ist dann weg. Irgendwo hier muss eine Anomalie sein. Da blitzt es ein bisschen, aber auch höchstern los. Die. Das ist jetzt halt nur von der anderen Seite. 9 bis 18 Uhr. Das sieht gruselig aus, was die Katze sich da ins Auge packt. Nix. Was ist mit ihm da? Ich sitze schon wieder viel zu lange im Schneider sitzen. Oh Gott, meine Knie. Hier ist nix. Plauschetierchen. Auch nix. Der Dino-Mann. Er hat auch nix. Was soll denn hier drin sein? Hier muss jetzt irgendwo aber was sein. Oh. Okay. Ich habe damit gerechnet. Aber. Elvia. Elvia. Ja, Elvia. Oh, hier ist schon wieder irgendwo was. Okay, ich gucke erst die Zittelchen hier. Oh. Guck mal, da. Wow. Okay. Scheint mehr, als hätte ich nach fast einer Stunde das Spielprinzip verstanden. Habe ich das nicht schon mal gesagt? Nix Großes passiert. Kaffee durch. Kaffee durch. Okay. Kaffee durch. Ey, fünf. Äh, wie war das? Ich gehe mal lieber weg hier. Ja. Ja. Aber nicht hingucken. War das die alte, die auch da steht? Aber ich hatte mich weggedreht. Oh, ist es jetzt weg? Ich glaube, es ist weg. Ah, Isaacs. Oh mein Gott. Jetzt ganz ruhig bleiben. Es geht auf. Nichts Großes hier. Okay. Oh, hier ist eine Anmeldung. Okay. Okay. cool. So hat der nicht anders aus? Jetzt komm schon, die Medianomagie. Fenster. Genoman. Nein, bitte keinen Mega-Jumpscare, weil ich muss Pipi. Die Tür geht einfach auf. Also. Nix. L7. Ah. Die Tür geht auf. Verdammt. Immer noch L7. Oh, oh. Oh nein. Was muss ich hier tun? Oh nein. Nee. 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 Nee, nie im Leben. Da steht jemand. Achso. Hä? Was ist das? Nee, nee. Nix. Jetzt. Oh nee. Ich muss hier irgendwo raus. Wirklich jetzt? Oh nein. Guck mal, hier ist nur eine Tür. Bin ich nicht. Die ist zu. Guck mal, die ist auch zu. Die ist offen, aber da bin ich in der Tür. Also ich vielleicht. Los. Die ist zu. Und hier bin ich auch an der Tür. Gehe ich doch zu der. Wo war das jetzt? Wo einfach nur eine Tür ist. Sag mir, dass das richtig war. Gehst du wieder zu? Geh nochmal zurück hier. Die ist offen. Warum ist die offen? Das war richtig. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Hier ist nichts. Okay. L8. Nichts passiert. Nichts passiert. Mir passiert jetzt entweder aus Großes oder auch noch nichts. Verfolgt mich da was? Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Ich geh, ich geh weiter, oder? War das richtig? War das richtig, dass ich einfach weitergehe? Alter, war weiter. L8. Ach, Cipa. Äh. Ist das richtig? Aber, warte mal. Ich bin... Oh Gott, das ist laut. Da geht's nicht lang. Da geht's nicht lang. Wenn ich weiterfahren möchte. Entschuldigung, ich glaube, hier ist Endstation. Ich glaube, ich muss hier raus. Okay. Tschüss Bahn. Oh. Dann macht's von alleine. Ist mit... Ich wieder dran. Kann ich auf die Schienen fallen? Will ich das? Okay. Ich wollte gerade Alt-F4 drücken. Weil da 0 steht. Und dann machen die 0. Und ich dachte, ich muss den ganzen Scheiß nochmal machen. Kann ich nicht drüber. Okay. Ich möchte hier auch nochmal gucken. Der Mann ist nicht mit ausgestiegen. Was ist denn jetzt mit dem? Was macht das für einen Sinn? Okay. Ich gehe einfach an der Seite vorbei. Hahaha. Was steht denn da? Press, touch your ID card. Huch Gott. Links oder rechts? Jetzt mal links. Sind wir jetzt bei Exit 8? Ich mache das gehört ja zusammen, ne? Da ist Exit 8. Aber wie ist der Mann denn bitte? Der kommt doch von da hinten. Da ist er. Wo ist der? Wie ist der? Wir haben's geschafft! Ja! Ich höre immer noch Schritte, obwohl ich nicht mehr laufe. Und jetzt? Jetzt ist es vorbei. Gibt's noch was? Da bin ich wieder. Aber ich glaube... Es ist jetzt einfach wieder Null. Wir können nochmal einmal laufen wegen Anomalien. Ob da jetzt noch irgendwas Neues kommt. Hier bin ich beim letzten Mal nicht rausgegangen. Ui! Da ist die Hand. Die hat mich geschnappt. Bam, 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 bam. Ich kann mich ja nochmal von ein, zwei Anomalien irgendwie hier schnappen lassen. Ja, da muss ich ja noch Anomalie bin. Guck mal, so schnell geht das. Ja, wow. Ja, wenn man das Spielprinzip aber verstanden hat, dann geht das auf einmal, ne? Na, kommt jetzt hier nix mehr? Wie war das? Lug oder Duna-Blog? Ich glaube, Lug, ne? Lug. Muss ich aber erst hier... Uh! Ne, okay. So, wir haben es ja jetzt geschafft. Ne? Dann, wenn ihr dann weitere Anomalien sehen wollt, dann holt euch das Spiel oder setzt es auf die Wishlist. Dann freuen sich die Entwickler und das Spiel wird ein bisschen mehr gepusht. Und dann gibt es noch andere Sachen und alles toll. So, dankeschön fürs Zuschauen und ja, gib mir gerne ein Däumchen hoch, das hilft mir und Kommentare und oder Abo und ja, das sagt jeder und das nervt wahrscheinlich jeden, aber es ist leider so. Ja, dann vielen Dank für alles und bis zum nächsten Mal. Tschüss!